Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Little Nightmares 2. Wir befinden uns in einer für mich sehr unangenehmen Stelle, muss ich wirklich sagen. Man kann halt forschen, dass die Leute durch den Zaun brechen und so und wieder nachlaufen. Und so wird es ja wahrscheinlich sein. Ah, okay. Doch nicht. Oh, okay. Ich muss halt da rein. Also der rennt, ne? Der Fernseher rennt. Ja. Jetzt muss ich halt den da drüben ausschalten. Aber mich hätten wir da irgendwo verstecken vor allem. Das ist so unheimlich. Ich weiß, wenn ich mir jetzt ein Dorf auch... Oh mein Gott, bin ich angespannt. Was ist denn dein da? Hä? Jetzt geht's. Ah! Ah! Hoch! Kehrt das hier... Das ist ein Fernseher! Das ist ein Fernseher, Leute! Oh mein Gott, ich will das nicht mehr! Boah, das ist so arg! Das ist immer sehr intensiv, wenn man da verfolgt wird. Wirklich. Ah, okay. Boah, das war jetzt richtig cool wieder. Ich hab ja schon richtig Schiss davor, wenn wir wieder mal diesen Slenderman-Typen da treffen. Und es wird ja wieder soweit sein, auf jeden Fall. Oh, ne. Oh, ne. Komm raus! Nämndes! Nämndes! Ah! Komm mit, der Schütte! Alter, es packt! Okay. Habt ihr das gesehen? Es hat nicht funktioniert, Mann! Okay. Mann, und ich hab's nur so verschrien jetzt gerade, ne? Mit dem Typen. Aber richtig geil gemacht. Komm, steh auf! Okay, das ist gut! Lauf! Wie der ausgeschaut hat, der hat ganz normal ausgeschaut irgendwie. Ah! 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 Boah! 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 Es ist so arg! Ah! Das ist nicht gut! Boah! 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 Es ist richtig... Boah! 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 Mein Daumen rutscht vom Dings runter. Lauf weiter, lauf weiter! Oh mein Gott, ich hab das Fenster offen. Das kann knapp werden! Beruhigen, 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 beruhigen! Das ist mir alles überhaupt kein Problem, weil es ist alles genauso getimt, dass es alles locker ausgeht. Geil, gut gemacht, gut gemacht! Da bin ich heute hängen geblieben, das sind meine Fehler. Geil! Tschüss, du Loser! Na? Wovon geh hin? Boah! Okay, wir sind verletzt. Die Fernbedienung ist Schrott, so wie es ausschaut, die raucht. Komm wieder unten rein. Ne, da geht es nicht weiter. Boah, das war jetzt... Boah, das war jetzt... Oh mein Gott, das ist 6, ne? Boah, das war wirklich jetzt ein sehr arg. Ich kann... Ich kann... Achso, ich kann da hoch. Da rüber. Okay, komm ich gerne gleich da rüber. Aber... Hilft sie uns jetzt wirklich? Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Das schaut sehr bedrohlich aus, schon wieder. Aber ich denke mir, wenn 6 da ist, dann kann der Typ auch nicht weit sein, oder? Oder? Boah! Immer schön die Treppe hoch. Und es verfolgt nichts, das ist gut. Boah, wie geil, der Kulli, der Klosch. Das Auge, ne? Wir kommen vor, wir kämen doch halt da... Immer näher. Also, ich kann mich halt... auch nicht bewegen. Jetzt wird's ernst. Was muss ich tun? Scheiße! Ich hätte irgendwas drucken sollen. Ey, lass uns meine Kamera kurz raus, wie das schaut. Wie epischer so aus. Alter, so geil, wie er den Hut weg tut, so... Ich bin bereit für den Kampf. Ich weiß noch immer noch nicht, was ich drucken muss, aber wir werden das gleich herausfinden. Ich hätte die ganze Zeit schon was drucken können, glaube ich. Ich kann halt nix anderes da, glaube ich. Also, ich kann mich auf jeden Fall nicht bewegen. Ich kann mich nur umschauen. Komm schon, Junge! Steh auf! Ich kann nicht weggehen oder irgendwas. Es geht nicht. Ich kann nix da. Ich check's nicht. Ich kann nicht weggehen. Ei, 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 ei! Ok, warte mal. Weg von mir, weg von mir! Weg von mir, weg von mir! Ok, ich kann mit der Kamera so lenken irgendwie. Oh, irgendwie so Richtungen lenken. Okay, ich check schon. Immer in die Richtung lenken, in der er A duert. Passt mir nur. Du hast noch nicht genug, oder was? Ey, mach dich so was von fertig. Komm, Junge, mach was. Stärf oder irgendwas. Ich drück die ganze Zeit in den Hof, um das zu was bringen. Oh mein Gott, das ist wie im ersten Teil. Ich kann nur noch vordrücken. Ich hätte mir jetzt gerne umgedreht zur Kamera, aber es ist nicht gegangen. Haben wir uns gerade geportet? Haben wir uns gerade geportet? Oder hat das... Oh mein Gott, wir können uns anschauen, oder? Es ist gemein gemacht. Es ist sehr finster. Also wir haben den jetzt besiegt. Wow. Wow. Wir schauen schon unheimlich aus. Wir brauchen keine Maske mehr. Wir brauchen uns nicht mehr zu verstecken. Wir haben jetzt den Typen umgebracht. Mit seinen... Oh mein Gott. Hä? Schätze mal, ich bin da rechts, aber ich bin da links. Also kehrt das so? Warte mal, geht es wieder nach links? Ich weiß nicht, ob das so kehrt, oder... Ja, egal. Aber es war jetzt auch so ausgeschlossen, hätten wir die Stadt wieder geradbogen. Die Häuser waren ja alle so schief. Und irgendwie... haben wir alles wieder gerad gemacht. Aber wir haben uns auf jeden Fall zu dem Turm geportet. Genau wie der Slenderman-Typ das auch gemacht hat. Der hat sich auch geporten können. Wir gehen jetzt einfach mal da rein. Oh nein, ich bin da raus. Noch mal Kamera weg. Die Tür. Hä, sie ist jetzt echt Endgame oder so? Aber wo ist Six? Wo ist denn die jetzt, ne? Jetzt ist kein Typ da, ne? Weil wir der Neue sind. Wir sind der Neue-Boster in der Stadt. Oh! Wir gehen jetzt an. Ah ok, ich komme nicht hoch. Oah! Oah, der Hall! In der Tür da oben ist eine Lucht drin und da ist ein Auge drüber. Und der da oben. Ah! Ah, da ist ein Auge drüber, ok. Ah gut, dann geh halt durch die Tür, haha. Nicht immer mit diesem Port. Oh, geil. Ah ok, Schatz, es kehrt heute wirklich so, ne? Das ist jetzt auch unser Schatten. Kommen wir wieder zurück? Ok, gut. Dann haben wir das auch geklärt. Also ich schätze mal immer in die Tür, wo die Musik rennt. Äh. Da rennt es nimmer. Ah, Aua, ist sogar richtig gewesen. Ja, Untertitelung des ZDF, 2020